Herzlich Willkommen zur siebten Folge Raft mit dem Felix, Hallo Guten Tag Also der Mut ist jetzt bald weg Komm, die Folge dann fangen wir schon an und fangen wir an zu essen Typisch, aber es ist ja egal Jo, kennen wir doch mittlerweile So, ich muss ganz ehrlich sagen, Essen sieht echt Liegt aber auch daran, dass wir den besseren Grill inzwischen haben Davor sah es immer noch scheiße aus Und wir drei Anbauflächen oder sowas gefühlt haben Und nicht nur noch zwei und so weiter und so fort Also das heißt, von der Insel könnten wir theoretisch weg Wenn wir nicht darauf warten, dass wir endlich mal hier nur ein bisschen Wenn wir keinen Reiniger wollten und so weiter und so fort dann ja Aber die paar Sand oder sowas wären schon geil Cool, dass der Hai einfach durch mich durchschwimmt Ja, weil der mich gerade angerufen hatte Der hat mich gar nicht gehütet, scheiß Drecksspiel Also ich habe einen Sand, wir brauchen also noch mindestens drei Ich habe auch einen Sand Dann brauchen wir noch zwei Okay, siehst du hier irgendwo Sand? Im besten Fall sogar zwei Sand? Nein, ich geh aber mal auf der anderen Seite gucken Im besten Fall kommt der Hai dann entweder zu mir rüber und braucht drei Jahre zu dir rüber Oder er kommt halt nicht zu mir rüber Okay, er ist bei mir drüben, also du hast jetzt locker fünf Sekunden Zeit Das ist schön Steine, 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 Steine Ist das die Sand? Sieht aus wie Sand Einen Ton, toll Noch ein Ton Ist das die Sand? Aber Ton brauchen wir ja auch, ne? Hm, nicht wirklich Sand Ich habe einen Sand Ich habe zwei Sand Ich habe zwei Sand Ich habe eine Kiste Und ich habe zwei Eisen Ich habe keine Luft mehr Aua Auch geht heiß von mir Ich habe zwei Teile Du bist der Auftragte hier für das Zeug, ne? Ja irgendwie ja schon Und so was hier So ein Seetank und so. wir kommen es durch die kinder kisten nur mehr kletterpflanzen klipp als ich bekomme dadurch ich muss sagen der wind könnte jetzt aber auch gerne dann mal ein bisschen drehen aktuell geben wir da eher so nach da als nach schiff ja gut hat sich schiff erledigt lassen wir es weitermachen werden wir uns überhaupt hier weg bewegen oder wie war das sammelnetze ach so die sammelnetze waren nägel die waren planken das ist das die schlimmere ist ach ja schon flanken wollen wir haben wir werden fast von der planken weggefahren wir fahren vor ein paar planken weg aber ja ich treffe die halt bloß teilweise nicht und ich weiß auch nicht wo wir überhaupt netze haben und ich glaube du kommst hier nie wieder aufs schiff rauf wegen dem wellengang auch noch nichts rechts von uns ist wieder so ein ding und wer entsteht danach da ne nur nicht mehr toll das könnte man theoretisch noch hinkommen oder theoretisch gesehen schon praktisch gesehen ist gute frage so und so so Oh. Ich finde die Versammlung immer gut. Na doch. So, wir haben jetzt ein Stack gegarte Kartoffeln. Wo ist der hin? War nicht hier eben gerade links? Ein Vogel? Nicht auf dem Feld. Aber über uns fliegt er halt die ganze Zeit. Soll ich jetzt hier stehen und warte auf ihn? Ich glaube übrigens nicht, dass wir zu diesen Dingen kommen werden. Dafür verschwenden wir viel zu viel Zeit. Dann drehe ich um. Hi. Der ist übrigens fast tot. Also sollten wir umgehend eigentlich zu einer Insel kommen. Aber irgendwie... Ist das ein wenig schwierig, ne? Richtig. Was hast du da für ein Problem? Ich gucke, ob ich irgendwo eine Insel sehe. Deswegen bist du ja auf den... Das ist erhöht. Das ist fast das ist, was wir haben. Aber ich sehe nichts. Doch, da hinten ist eine Insel. Da... Also waren wir schon. Toll! Die Insel bringt mir aber nichts. Dann würde ich euch schon fragen. Dann würde ich euch schon fragen jetzt überhaupt. Und die da hinten... Nehmt mir der Nase nach. Hm. Es kommt doch auch... Ah, jetzt kommt ja... So ein bisschen Zeug hier zum Einsammeln. So ein bisschen Zeug hier zum Einsammeln. Vogel. Toter Vogel. Schon wieder. Ja, Felix sammelt aber ein. Hm. Dann halt nicht. Boah, die Federn will ich nicht haben. Not my problem. Das Schlimme ist ja, von den Federn haben wir mittlerweile fast anderthalb Sticks. Das ist eine Insel gerade vor. Weil der sollten wir vermutlich auch wieder halten. Äh, nicht nur vermutlich. Einfach weil der Heifers tot ist. Definitiv. Also wenn der jetzt irgendwas richtig kaputtes angreift, lass ihn ja am Leben, ne? Wenn der jetzt nicht irgendwo irgendwas wichtiges angreift. Zumindest solange wir so weit weg sind von dem Ding. Jo. Ich hab keine Planken mehr. Hm. Also ich sag's mal so, äh, wenn wir acht Planken hätten, müssten wir keine mehr zum Wasserreinigen ausgeben. Ich hab zwei. Ich hab zwei. Ich hab auch zwei. Bei mir sind, wenn ich gut bin, aber noch zwei, die ich einsammeln kann. Ich bin nicht gut. Gutes, wenn wir drüber geredet haben. Ich hab aber trotzdem beide bekommen. Also ich hab jetzt drei. Ich hab vier. Und eventuell kommen welche aus den Fässern raus. Aber neben dem Fass schwimmt auch einer. Oh, ich hab ein Überraschungspaket. Ein Tisch. Ich hab sieben Planken jetzt. Ich hab schon den Reiniger gebaut. Ich hab bloß keinen, äh, Platz eigentlich für Wasser mehr, aber ich mach mir meine Flasche ein bisschen leer. Okay. Da ist Eisen auf jeden Fall. am Cliff dran. Das sieht man von hier. noch mal wieder. Ja. Bist du da? Okay. Ich hab das. Das ist ein bisschen. Ja. Ich hab meine Flasche mitいる. was ist das wichtigste was wir brauchen eisen und sonst eigentlich was gar nichts aber alles mit was du siehst Ertrinken sollst du im besten Fall nicht. Ja, das ist ja auch mein. Mein Haken ist auch nicht kaputt. Beste Situation mal wieder. So ist es doch immer. Also die Insel hat echt nur diese eine Fläche, an der wir gerade sind. Auf der anderen Seite der Insel ist gar nichts. Ja, und hier ist auch noch richtig viel. Das Problem ist bloß wieder, dass es jetzt Nacht und ich sehe schon wieder gar nichts mehr auf drei Meter. Also ich habe hier mindestens noch drei Metalle. Nee, Kupfer ist das. Okay. Und jetzt ist mein Haken kaputt. Oh, ich kann es sogar noch zufällig einbauen. Da sind noch zwei Sand bei mir. Das war Kupfer. Was ist das denn jetzt hier? Was kann man mit Sand anfangen? Mit Sand können wir Glas schmelzen. Brauchen wir aktuell, glaube ich, für einen Reiniger nur und für, äh, Dingens, wer heißt das? Reiniger und, äh, Glasdinger-Behältnisse. Also aktuell brauchen wir es nicht für so viel, aber... Na gut, ein zweiter Reiniger wäre ja auch nicht schlecht. Hm, ich glaube, der Reiniger brauchen wir keinen Zweiten. Der reine Reiniger ist eigentlich im Normalfall so überpowered von der Menge, die er herstellt. Weil da alle fünf gleichzeitig halt verarbeitet, die da, glaube ich, reinpassen. Das heißt, wenn du den einigermaßen aktiv die ganze Zeit benutzt, sollte dem Normalfall mehr als reichen. Alter, hier ist so viel Sand und Ton, ne? Metall ist ja auch tonnenweise. Das ist ein Stein, okay. Oh, der ist wieder da. Hallo. Cool, das hast du mir jetzt. Ja, der ist mir gerade ins Gesicht gesprungen. Auf der Insel warst du schon? Ja. Au, okay. Ich hasse es, wenn der Hai ein dreimal dann erhittet. Und man jetzt auf lowlife ist sowas von, weil der innerhalb von zwei Sekunden ein viermal hittet gefühlt. Okay. Mh, mh, mh. Also hier in die Essenskiste habe ich jetzt noch mein ganzes Erd in sowas reingepackt, das wäre ja nicht schlecht, wenn du das dann da irgendwann demnächst mal ausnehmen könntest. Ich habe 20 Ton, das ist toll. Ich habe... Wahnsinn, das war echt gut. Aber es wäre nicht schlecht, wenn du mal kurz aus der Kiste rauskriegst, weil ich bin nicht tot wegen Essen. Ich bin auch tot wegen Essen, aber ja. Komm, gib mir einfach mal irgendwas, hier so drei Rühmen oder sowas. Und dann gibt es noch meine Energiehändchen-Schenkel. Du kannst hier hinten nochmal zweimal Wasser nehmen, wenn du brauchst. Oder brauchst du nichts. Ich brauche es gar nicht. Ich brauche eher Planken. Ich brauche eben. Ich brauche es. Na ja. Ich brauche es. Ich brauche es. Ich brauche es. Und dann noch ein bisschen wasser. Ist dem Reiniger schon irgendwas drin? Ja. Ok. Sieht man so gut wie gar nicht. Liegt daran, dass das Spiel teilweise immer noch Visual Bugs hat und du es manchmal auch nicht liest einfach. Wo ruderst du denn hin? Zu den Sachen, die ich hier vorne seit ungefähr 10 Minuten holen will, aber nicht rankomme, weil ich einfach tot war. Ich liebe es, durchs Boot durchzufallen. Achso, achso, das war nur... Ah, das ist doch okay. Weil ich habe zwei Riesenmuscheln gefunden und eine davon, wir mussten brauchen auf jeden Fall noch die Forschung. Echt ist so saftsack. Aber doch klar, wir reparieren ja nichts. Da wir es nicht können. Ok, großer Anruf sehe ich hier. Konter Koster. Die haben wir wahrscheinlich noch nicht nie. Doch. Bei Nahrung. Vier Seile, sechs Nägel, ein Bolzen, zehn Planken. Die zehn Planken sind aber das ist... Ich sage nein. Ja. Nägel ist kein Problem wahrscheinlich. Ist ja Schrott. Nur. Ja. Jetzt siehst du übrigens, dass da Wasser drinne war, weil das Wasser jetzt gerade durchgelaufen ist. Wie voll ist denn deine... Meine Flasche ist ganz voll. Und aus dem Ding kriegst du auch noch eine ganz volle Flasche theoretisch gesehen raus. Ich habe ja voll gemacht. Was soll ich sagen? Wie an der Insel? Oh nein. Da fahren wir weg. So, aber ich war gerade dabei, solche Teile zu machen. Und wir können da jetzt auch noch einen Flaschen einladen machen. Aber da sind ja auch noch... An die Flasche kommen wir nicht ran ne. An die Kiste da hinten. Ich denke nicht, ne? Hm. Ne. Eher nicht. etwas das übrigens inzwischen schon wieder durch ja aber ich habe jetzt mein links ist noch voll so jetzt kommen die sachen die gleich wichtig zu uns sind das kannst du ignorieren und das kannst du ignorieren aber jetzt kommen die sachen die wo wir jetzt inzwischen schon angekommen sind okay das ist auch schön geht so die kupfer dinger sind halt arsch teuer ich kann aktuell glaube ich fünf schaltkreise herstellen von meinem kupfer her und von dem algen her aber ich kann nicht mehr als genug herstellen so ungefähr aber wir brauchen auch noch mindestens eine batterie das heißt wieder mindestens eine platte weniger aber ich kann ja mal durchgucken was war das brauchen auch die scheiße es würde man nicht besser waren das drei antennen die man brauchte ich glaube schon so drei antennen sollte man haben das heißt wir brauchen fünf leiter platten ein scharnier drei bolzen schrott ist egal kunststoff und holz ist so einigermaßen egal das heißt wir brauchen insgesamt zehn kupfer fünf seetang oder halt glibber aber das haben wir kunststoff dafür sollten wir auch haben eisen dafür sollten wir haben das heißt das einzige was fehlen würde wäre halt für die batterie ein kupfer also exakt ein kupfer das ist aber am ende der folge angekommen schon wieder ja dann würde ich sagen tschüss